Auf der karmischen Linie kann man ja Aktion und Reaktion Dinge voraussagen. Und da wurde ja schon vieles vorausgesagt. Dann können wir die Prophezeiungsbücher lesen, von Manfred Böckel, von Stefan Berndt und so, und dort wird uns beschrieben, was eben diese einzelnen Hellseher vorausgesagt haben. Und das ist nicht sehr rosig. Also da kommt, es gibt zwei verschiedene Varianten. The best is yet to come, oder the worst is yet to come. Das Schlimmste kommt noch, oder das Beste kommt noch. Und das entscheidet sich jetzt, und ich sage, wenn kein Wunder geschieht. Deswegen konzentriere ich mich auf diese spirituellen Impulse, denn das Schlechte kommt von selber, das Karma kommt von selber. Aber der Wandel kommt nicht von selber.